was geht ab leute und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir heute gibt es ein ultra fettes teil wir haben hier die king of bling darauf freue ich mich irgendwie am meisten dieses jahr von den ich sag mal noch kleineren sachen es ist schon ein mordsteil wir haben hier 25 millimeter kaliber und 100 schuss 1257,8 gramm nemm also einfach nur ein fettes teil um es kurz zu schließen 1,2 kilogramm nemm 100 schuss mit 25 millimeter da hört man eigentlich schon es ist ein brachiales teil wir haben hier die ganze batterie von albert feuerberg und ich finde auch die aufmachung mega geil das design es sieht einfach nur richtig geil aus ich freue mich schon mega auf die zündung und dabei wünsche ich euch auch viel spaß alles gut aus Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020